So, willkommen zu einer neuen Runde. Ach ja, wir killen erstmal Zombies und dann laufen wir mal raus und machen erstmal ein bisschen Kohle. Alter, hier brennt es aber richtig fett. Richtig, richtig fett. Oh, gibt es ein paar Tierchen hier, die hier rumliegen. Oh, lecker. Lecker Hühnchen. Oh, oh, da ist dieser. Warte. Oh mein Gott. Ist der fett? Aua, aua. Ha, alter, als Brigitte erstmal zugemacht sei. Hö. Die Säcke. Oh, das sind aber ein paar. Ja. Geht ja gar nicht, ey. Kommen wir von hinten angelaufen. Mann, Mann, Mann. Und ich war gar nicht vorbereitet. Hättet ihr mal Hallo sagen können oder so. Ja. Hier, du kannst aber trotzdem dieses Ding hier dann lösen. Ich glaube, das gibt auch Punkte, wenn man hier diese... Ja, genau. Ja, machen wir das mal. Stimmt, das steht dann auch in der Statistik immer, wie viel man gelöst hat. Hühner? Ist hier irgendwas drin? Oh, ich höre Hunde. Oh, ja. Und ich hab'n Dicken angelockt. Oh. Oh, sehr gut. Was ich an dem immer so hasse, ähm, dass der keinen Kopf hat, weißt du? Den kannst du keinen Headshot verpassen. Ja, das stimmt. Alter, wie die Hühner abgehen, ey. Kann man die... Kann man die eigentlich auch killen? Ich glaube nicht. Obwohl, die Hunde bellen auch ganz schön extrem. Ja. So. Ich muss eben nochmal eine erledigen. Das ist cool. Da sind noch welche. Ich wollte gerade sagen, irgendwo... Irgendwo kam die doch her. Irgendwer beschießt dich. Weißt du von wo? Nee, ich hab' es gar nicht gemerkt, dass einer geschossen hat, weil ich selber geballert habe. Ich glaube, irgendwer hat dich angeschossen. Okay. Ach du Scheiße, von wo kam das? Ja, jetzt von rechts. Also, der muss hier irgendwie im Turm sein, oder so. Alter. Ah, alles klar. Da hab ich was hingeworfen, ne? Du warst das. Hockt der da irgendwo, oder? Ich hab' keine Ahnung, ich seh' keinen. Das ist... Ah, ich seh' ihn. Er hockt da im Busch, oder? Ja, der ist hier direkt im Maisfeld, vor dir. Okay, warte mal dann. Aber jetzt hab' ich nix mehr zum da reinwerfen, sonst... könnte man den echt weg... Hm. Das sagen, dass du den erledigt hast? Nee, der ist weggerannt. Aber ich hab' ihn auf jeden Fall einmal getroffen. Oh, jetzt hat er geballert. Auf dich, oder was? Nee, der hat hier in die Wand geballert. Der muss auf... Der hat auf dich gezielt, und ist dann... Oh, fuck. Jetzt hat mich ein Zombie angezündet. Oh. Naja, wir könnten auch einfach weitergehen, ne? Wir müssen uns ja nicht mit ihm beschäftigen, hier. Nö, stimmt. Scheint uns ja zu lassen, ne? Oh, er hat wieder geschossen. Drecksack. Oh, er hat was geworfen. Was ist denn das für ein Pissar? Gerade, ich seh' das Komisches. Ich seh' den nicht, das ist... Ich seh' den auch nicht. Der ist ja in diesem scheiß Maisfeld irgendwo, und das... Da kann man ja echt... ...überhaupt nichts sehen. Nö. Oder wir lauern halt hier ne kurze Weile. Ja, lass uns mal ein bisschen... ...lauernd. Irgendwann wird der bestimmt rauskommen. Und denkt, der hat uns abgeballert. Der sah den, der sieht uns, also... Das kann auch sein, oder schleicht sich von hinten ran, oder so. Oh, von hinten. Oh, richtig. Nun. Also, ich seh' keinen. Nö. Nö, dann lass mal ihn mal ziehen, würde ich sagen. Scheiß auf den. Ja, genau. Wo wollen wir denn lang? Wollen wir hier lang? Ja, gehen wir mal da lang. Ich mach's wieder. Peng. Jo. Oh, ja. Das war schon krass, ne? Aber warte mal, jetzt hab ich, glaub ich, auch was gesehen. Ja? Am Zaun irgendwie. Ich hab' ne Bewegung gesehen, aber... Also links da irgendwie, aber... Ah, jetzt seh' ich mir wieder nicht... Alter, der ist aber hartnäckig, ne? Das hat... Oh. Hat er sich getroffen? Ja. Von wo? Geradeaus. Aber ich seh' da niemanden, hast' den gesehen. Ah, jetzt seh' ich. Waschgesicht. Der ist jetzt links rüber gelaufen zu dieser... Na, über den Zaun. Gesehen? Ja, eben kurz vorgeblitzt, glaub' ich. Oh. Er ist jetzt hier hinter diesem Schuppen links. Hm, genau. Da hab' ich ihn auch kurz gesehen. Wisse, da hat er auch was geworfen. Ja. Der weiß scheinbar nicht, wo wir sind. Aber der muss wissen, wo wir sind. Ah, alles klar. Der ist in der Scheune, hinterm Strohballen. Okay, hast du, ähm, irgendwas... Eine Handgranate oder irgendwas? Ne, leider nicht. Ah, scheiße. Knarre wechseln. Also er ist in der Scheune, ja? Ja. Irgendwer war auch außerhalb der Scheune, ich bin tot. Okay. Aber du kannst mir auf jeden Fall aufhelfen, falls du nicht stirbst, ne? Hm. Also ich bin rechts von dir gestorben, da muss irgendwo, äh... Ja. Dann auch außerhalb jemand sein. Also wenn du hingehst, wirst du auch beschossen bestimmt. Ich will mal gucken. Ja, von links. Alter, wo es sind... Hey, ob der denn? Oh. Das war aber knapp. Keine Ahnung. Ich glaube, der von links. Von links. Von links, ja, genau. Ja, vor dir irgendwo. Das ist schlecht. Ich fände im Busch. Ja, ich war gerade in der Nacht. Ja. Keine Chance, schade.